Liebe Studierende, ich begrüße Sie zur vierten Videolösung, der wir den Namen FISO gegeben haben. Wir haben das nach dem FISO-Experiment benannt. Allerdings geht es nicht direkt um das eigentliche Experiment. Das wäre was, was Sie bitte selber vielleicht nachlesen könnten, was das war. Worum es geht, ist die Fortpflanzung von Licht durch Vakuum, durch Wasser und dann auch durch Wasser, was im Labor in Bewegung ist. Und wir haben das hier mal schon aufskizziert. Wir wollen das gestrichene System als Laborsystem bezeichnen und das ungestrichene als das, wo vom Labor aus gesehen das Wasser sich bewegt. Also das ungestrichene System bewegt sich mit dem Wasser mit, ist also das Rohsystem vom Wasser. Und dann haben wir als Setting ein Rohr. Hier sind die Ränder zu sehen und wir haben eine Lichtquelle und einen Empfänger in diesem Rohr. Dieses Rohr evakuiert ist, dann kann ich also von der Quelle aus einen Lichtpuls aussenden und beim Empfänger detektieren. Der Abstand im Labor zwischen Quelle und Empfänger ist S'. Im weiteren Verlauf werden wir dann dieses Rohr mit Wasser fluten. Das ruht dann im Labor und wieder können wir einen Lichtpuls aussenden und empfangen. Die Strecke bleibt gleich lang. Und dann können wir im Labor auch noch das Wasser durchströmen lassen. Wir nehmen an, dass es überall entlang der Strecke, wo das Licht sich von der Quelle zum Empfänger ausbreitet, die gleiche Geschwindigkeit hat. Aber die Richtung spielt jetzt hier keine Rolle. Sie können nachher durch das Vorzeichen von V in allen Formen auch die Richtung ändern. Wenn wir jetzt uns überlegen, gerade noch, was haben wir für Geschwindigkeiten? Dann haben wir im Vakuum die Geschwindigkeit U'. In meinem Labor ist gerade gleich der Geschwindigkeit in jedem Bezugssystem, auch in dem K, also U. Und zwar ist das die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Mit dieser Geschwindigkeit wird sich der Puls hier von der Quelle zum Empfänger hin ausbreiten. Im Fall vom ruhenden Wasser habe ich die Geschwindigkeit U' in meinem Labor gegeben, als die Lichtgeschwindigkeit im Medium. Und dazu muss man wissen, dass die reduziert wird, weil die Brechungsindizes für die Materialien größer gleich 1 sind, ist es c durch n mit n, dem Brechungsindex. Das ist übrigens, wenn wir in das gestrichene System gehen oder in das Ruh-System, ich kann ja auch c durch n' schreiben, ist es das gleiche, weil in dem Fall ja k und k' aufeinander fallen. Also klarerweise der Brechungsindex in beiden Systemen ist der gleiche. Das ist trivial, weil das System das gleiche ist. Im bewegten Wasser sieht es anders aus. Wir haben im bewegten Wasser im Labor die Geschwindigkeit U' für die Lichtausbreitung hier. Die muss dann gleich der Lichtgeschwindigkeit dividiert durch den Brechungsindex in diesem System sein. Und im System k, wo wir rein transformieren und mit dem Wasser mitbewegt sind als Beobachter, haben wir die Geschwindigkeit U ist gleich c durch n. Und im Allgemeinen gilt, also dass n von n' verschieden ist, sobald v ungleich 0 ist. Jetzt berechnen wir an Aufgabenteil a die Laufzeit von der Quelle zum Empfänger, also die Laufzeit im System t' in unserem Labor ist gerade die Strecke s' dividiert durch die Geschwindigkeit in unserem System. Das ist aber, wie gesagt, in jedem System die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit hier. Und wenn ich dann die gegebenen Größen aus der Aufgabenstellung einsetze, dann habe ich 3 Meter für s' und ich habe für die Lichtgeschwindigkeit 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Das heißt, das ist gerade 10 hoch minus 8 Sekunden. Im Aufgabenteil b haben wir jetzt das ruhende Wasser eingeführt. Das heißt, wir haben wieder die Laufzeit t' immer wieder s' durch u'. Aber jetzt müssen wir für u' gerade die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit durch den Brechungsindex einsetzen. Also c durch n' kommt hier rein. n' und n sind aber gleich und ich kann dann also weiter schreiben, dass das gerade n mal und jetzt s' durch c bleibt stehen ist. So, s' durch c habe ich hier oben schon ausgerechnet, mal n. n hatten wir gegeben in der Aufgabenstellung für Wasser als 1,33, also 1,33 mal 10 hoch minus 8 Sekunden ist die Laufzeit in dem Fall. Also wir sehen, im Vakuum ist es etwas schneller, im ruhenden Wasser ist es etwas langsamer. So, im Aufgabenteil c haben wir jetzt nicht mehr nur die Geschwindigkeit vom Licht im Wasser, sondern auch noch die Geschwindigkeit vom Wasser selber. Dazu ist es wichtig, dass man sich das Additionstheorem für Geschwindigkeiten der Relativitätstheorie veranschaulicht. U' in unserem Laborsystem jetzt setzt sich zusammen aus u und v, den Geschwindigkeiten vom Licht im ruhenden Medium, der Geschwindigkeit von dem Medium selber hier und dann wird dividiert durch 1 plus u mal v über c². Wir setzen wieder genau gleich an, das wird immer noch richtig sein. Die Zeit t' wird wieder die Strecke in unserem Bezugssystem sein, dividiert durch die Geschwindigkeit in unserem Bezugssystem. Nun müssen wir jetzt für u' gerade den Term von hier einsetzen. Also u' eingesetzt hier, sieht dann so aus. Und jetzt können wir hingehen und können für v durch c Beta einsetzen. Dann haben wir auch noch die Geschwindigkeit u als c durch n. Das heißt, da bleibt nur das Beta durch n übrig hier von diesem Ausdruck. Und hier unten setzen wir auch ein c durch n und Beta c, so wie wir es für v hier drüben hatten. Und jetzt ist es einfach so, dass wir c ausklammern und mit n erweitern und bekommen hier hinten diesen Ausdruck n plus Beta über 1 plus n Beta, wenn wir hier vor s' durch c stehen haben. Und jetzt wollen wir uns den hinteren Term gerade anschauen noch und für kleine Betas nähern. Die Näherung von dem Term für kleine Betas geht also so, die Funktion bei Null auswerten ist n plus die erste Ableitung an der Stelle Null ausgewertet hier, das ist 1 minus n Quadrat, mal den linearen Teil, mal Beta, plus und jetzt können wir haben eine höhere Ordnung. Wir geben uns mit der linearen Näherung zufrieden. Wir erinnern uns, hier in unserer Aufgabenstellung ist die Geschwindigkeit 3 m pro Sekunde und damit ist Beta 10 hoch minus 8. Setzen wir die Näherung hier ein, also wir haben t' gleich s' durch c mal n plus 1 minus n Quadrat Beta. Jetzt wissen wir hier, unser n war gegeben als 1,33, das heißt n Quadrat ist etwa 2, 1 minus 2 ist gerade minus 1 und das Beta bei der Geschwindigkeit vorgegeben 3 m pro Sekunde ist Beta 10 hoch minus 8. Das heißt, ich kann jetzt sofort weiterschreiben, das ist dann s' durch c und dann haben wir hier in den Klammern stehen den Brechungsindex für das ruhende Wasser 1,33 und müssen minus 10 hoch minus 8 rechnen. Also Sie sehen, das ist eine ganz kleine Korrektur in der achten Kommastelle auf diese 1,33. So, also setzen wir wieder s' durch c von oben ein, dann erhalten wir für t' hier also, dass wir haben 1,33 mal 10 hoch minus 8 Sekunden, minus den Term hier hinten, minus, das ist jetzt 10 hoch minus 8 Sekunden mal 10 hoch minus 8, also 10 hoch minus 16 Sekunden. Sie sehen, das t' in der Aufgabe c ist kleiner als das t' aus der Aufgabe b. Das heißt, das Licht in dem bewegten Wasser, was sich in die gleiche Richtung bewegt wie das Licht, ist schneller unterwegs als das Licht in dem rohen Wasser. Allerdings ist der Laufzeitunterschied für die 3 m Strecke hier nur 10 hoch minus 16 Sekunden, also sehr klein. Wir kommen darauf zurück, dass das sehr klein ist und schwierig zu messen. Im Aufgabenteil d schauen wir jetzt noch den Brechungsindex an, den wir haben. Wir haben also das t' ich schreibe das gleiche noch mal hin. Das ist s' durch u' wie bei jedem mal. Das muss jetzt einem effektiven Brechungsindex entsprechen. Also wir haben das s' durch c mal n' Wenn Sie hier schauen und hier vergleichen, dann ist das gerade n', also dieser ganze Ausdruck hier, das ist n' und zahlenmäßig ist n' Strich gleich 1,33 minus 10 hoch minus 8. Das heißt, der Brechungsindex des bewegten Wassers hier hat sich verändert, ist kleiner geworden. Wenn Sie wollen, näher an die 1 für Vakuumlichtgeschwindigkeit herangerückt, aber nur um diesen kleinen Betrag 10 hoch minus 8. In Aufgabenteil E haben wir Sie gefragt, ob eine Laufzeitmessung realistisch ist. Wir haben in Teil C ausgerechnet, dass die Differenz zwischen dem ruhenden Wasser der Laufzeit und der Laufzeit durch das bewegte Wasser 10 hoch minus 16 Sekunden sein muss, bei unseren drei Metern Weglänge und den drei Meter pro Sekunde Fließgeschwindigkeit hier. Wenn Sie sich überlegen, wie weit Licht in 10 hoch minus 16 Sekunden kommt, dann können Sie das Produkt von der Lichtgeschwindigkeit mit dieser Zeitdifferenz ausrechnen, ist das 30 Nanometer. Die Laufzeitmessung, also eine Zeitmessung auf irgendeinem Detektor und einen Zeitunterschied von 10 hoch minus 16 Sekunden zu detektieren, das ist extrem schwierig, ist unmöglich. Andererseits, einen Gangunterschied von 30 Nanometern zu detektieren, könnte möglich sein und das ist das, was wir Ihnen vorschlagen, was wir tun würden. Wir würden hier ein Interferometer aufbauen, wir haben eine Lichtquelle, wir spalten an einem halbdurchlässigen Spiegel den Strahl in zwei Wege auf, gehen einmal durch bewegtes Wasser, 3 Meter Weglänge, wieder sagen wir 3 Meter pro Sekunde Fließgeschwindigkeit, wie im Aufgabenteil C und der andere Lichtweg geht durch ruhendes Wasser, wie hier im Aufgabenteil B. Hier hinter vereinigen wir die beiden Lichtwege wieder zu einem und kommen auf den Empfänger. Wir haben dafür gesorgt, dass die Lichtwege im Wasser genau gleich lang sind und alle anderen Wege hier in dem Interferometer sind auch als genau gleich lang angenommen. Dann können wir schauen, was wir für Phasenunterschiede kriegen für diese beiden Durchgänge hier. Was wir ausrechnen, ist dann die Phasendifferenz Delta Phi. Das ist für den Lichtweg, der durch unser ruhendes Wasser geht, der Lichtweg 2, eine Phase Phi 2 und durch das bewegte Wasser eine Phase Phi 1. Das ist aber gerade die Frequenz unseres Laserlichts, was wir annehmen. Und das haben wir hier so gewählt, dass wir eine Vakuumlichtwellenlänge von 600 Nanometern haben. Das ist gerade der Potient von der Lichtgeschwindigkeit mit der Frequenz. Also hier diese Frequenz mal dem Laufzeitunterschied entlang Weg T2, also entlang Weg 2, minus dem durch 1. Und wenn wir dafür einsetzen, dann bekommen wir hier also die Wegstrecke L, die in beiden Fällen gleich ist durch das Wasser. Die anderen fallen sowieso weg, dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit. Und hier für die Lichtgeschwindigkeit müssen wir natürlich die im Medium annehmen. Einmal N2 und hier N1, also für das ruhende und für das bewegte Wasser. Wir wissen, dass unser N2, unser ruhendes Wasser, also gerade der Brechungsindex von dem Wasser, ist wie angegeben, diese 1,33. Und für das bewegte Wasser haben wir N' ausgerechnet, was also um 10 hoch minus 8 kleiner ist als N. Und wenn wir hier also weiterrechnen, bekommen wir unseren Faktor N mal L durch C. Und hier hinten wissen wir, das ist also N² minus 1 mal Beta. und können jetzt einsetzen, weil wir N durch C kennen, also 1 über 600 Nanometern. Und die Länge war 3 Meter. Hier über 600 Nanometern. Nanometer sind 10 hoch minus 9 Meter. Das N² war wieder 1,33 quadriert, gibt 2. Also dieser Faktor ist ziemlich genau 1. Und Beta hatten wir ausgerechnet zu 10 hoch minus 8. Das heißt, jetzt können wir hier einfach kürzen und finden, das ist ungefähr 0,05. Also ein Zwanzigstel. Wenn Sie überlegen, ein Zwanzigstel von 600 Nanometern sind gerade 30 Nanometer, ist gerade der Gangunterschied, den wir da auch erwarten. Natürlich, wenn wir eine andere Wellenlänge nehmen würden, dann würden wir hier ein anderes Ergebnis finden, weil dieser Gangunterschied, der wird gleich bleiben zu den Größen, die wir angegeben haben. Eine Zwanzigstel Wellenlänge ist nicht einfach zu detektieren, aber doch unproblematisch möglich, wenn man den Aufbau so wählt. Man kann das Experiment so machen, man kann es aber auch noch geschickter machen. Und das ist vielleicht etwas, was Sie nachschauen können, zum Beispiel wie Michelson und Morley, deren berühmteres Experiment wir in der Vorlesung gesehen haben, das FISO-Experiment perfektioniert haben und damit gezeigt haben, dass tatsächlich ohne Wenn und Aber Licht, was sich durch Wasser in Bewegungsrichtung vom Wasser fortpflanzt, sich schneller bewegt als durch ruhendes Wasser oder gegen die Bewegungsrichtung. Sie haben damit eine praktische Anwendung gesehen von dem Geschwindigkeitsadditionstheorem, der Relativitätstheorie und auch gesehen, wie man sowas je nachdem im Experiment nachweisen kann. Ich hoffe, das hat Ihnen was gebracht und freue mich auf die nächste Lösung.